hey leute und herzlich willkommen zurück zu desolatte ja ihr lieben hier sind wir wieder und die kalipso ein lob an kalipso hat was herausgefunden ja es wollte sie unbedingt dass ich das sage ja wir können nämlich uns die mission alleine raussuchen wenn man hier auf das buch klickt haben wir hier die ganzen missionen die man machen kann und hier kann man dementsprechend auch was aussuchen bögereisen finden gaslampe gaslampe habe ich metronomen hatte ich auch mal also das könnten wir irgendwann auch mal machen ich glaube da kann ich auch schon was machen aber wir wollten irgendwas mit dem biologen machen ja helfen wir mal den biologen da und da wollen wir auch hin ich möchte aber noch vorher was verkaufen weil ich habe so viel ich habe so viel mist in meinen in meiner kiste unten ich kann da gar nicht gar nichts mehr reinpacken ja ich noch nicht mich ja ich habe wunder tolle sachen verkaufen bitte einmal das dann die ratpfanne genau machen wir mal nach haltbarkeit den rest weiß ich nicht äpfel willst du nicht nur dort nimmt die äpfel hier nehmen einfach mal maßband bekommen wir nichts dafür bolzen bekommen wir auch nichts der kollege ist bisschen krank und ich glaube das lassen wie erst mal so gutes konzentrat ein an was das drin was das ist das habe ich doch schon gesagt ja habe ich aber nicht ja genau wir haben zu spielen spielt da oben schon wieder spiele ich denn gar nicht du oder gitarre ist so aber wenn man sich ein apple oder eine apfelsine in die tasche packt wird die nach einer weile schlecht ich probiere es doch mal so ok also ich glaube ich habe genug guck mal trinken 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 ja ich sollte vielleicht noch mal trinken organisieren ich habe nur noch 10 also ich denke mal so bin ich mit dabei hat das ding jetzt eine hütte rüber gekriegt ja ja sehr schön das wasser ist geschützt das ist gleich aus der leitung trinkbar ihr lieben glaube ich ja nicht warum nicht probier doch mal nach dir die toilette für dich frei ja das ist sehr nett von dir ich glaube das reicht erstmal klopapier vorbei natürlich mit seiner zeitschrift was die bravo die europa so richtig schön gruselscheiß gruselscheiß ja total puddelig ich kann rot machen gern dir nice mach ich mir doch gleich mal macht man das mit dreckigem wasser oder mit sauberem wasser dann kann ich ja gleich mal wieder hingehen und mein wasser auffüllen oder komm wir können uns oh das kann ich auch machen ne kann ich nicht mehr Brot so ich habe ein bisschen tee noch gemacht tee ist gut für unterwegs aber ähm einfaches essen also äh ich nehme über das beste was sich anhört wie mehr essen einfaches essen und halb so mich bringt mich durcheinander und 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 äh bessere teesorten oder johannisbeersaft oder sowas ähm huh sind besser für deine durst guter deutsch ich weiß besser für dein durst und äh erhöht es auch wesentlich mehr so als impfung boah krass einen krassen orangensaft aaa ouch was ist das? ich hab rum an dir mit einer flasche voll rum ich habe jetzt glaube ich mit einer bulle voll rum was wasser ach 12 mal wasser brauche ich noch mehr? ach verdammt ich habe 16 mal was erreicht tu mir noch mal ein bisschen dann würde ich sagen na ich habe gerade fürs brot backen ähm wasser verschwendet oh nein aber äppelst du mich gerade? nein er hat seine gitarre raus geholt und ich guck grad so schön in die sonne und dann auf einmal hör ich sie hinter mir klimpern ach wie romantisch ach wie romantisch wie romantisch wie romantisch ha 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 er ist doch okay ernsthaft würdest du noch ein bisschen rum haben dazu? hast du Euro? äh 1 cent hab ich ja ja gib ihm mal ja gib ihm mal so okay ich glaube das wird mir jetzt hier zu heiß hast du fertig? mit lehm sind wir auch nicht besonders weit mit lehm? wo müssen wir denn jetzt hin? hier lang hier lang gelber punkt gelber punkt müsstest du eigentlich auch? hast du wissenschaft und so? eingeklickt? ja siehst du den gelben punkt? ja ich hol mir mal ach ich kann ja hier nix rausholen oh ja die einen schlange was haben wir denn hier? uuuuuh was denn? uuuuh mich? der hat ja nie egel dran was der hat nie egel dran? ja ich hab ähm einem roher panier geversetzt ich nehm mal die schaufel aha ich hätte gern muni für das teil bisschen muni hab ich ja für den jäger aber hm für die jägerknarre die ist geil guck mal wollen wir uns die sau holen? ich will machen wo ist die sau? renn doch nicht weg schatzi wir sind zwei männer die verhungern alter alter ah ok das na bist die tiger nein meine stamina du bist dran echt jetzt so? echt jetzt so? ey du bist so brutal ey willst du flasch haben? ja darf ich? ja ja nehm ich nehm mir das graut da hinten hey wenn du schrot im mund hast tut mir leid danke ich muss vorsichtig kauen ne? das ist ein bisschen brutal gerade und nehmen wir einfach mal was auch immer das ist ich will keine pilze wo bist du? verband kann ich zufällig nicht machen oder? nein nur selbst gedrehte zigarette was wollen wir eigentlich damit? ach kann mir auch nichts machen gut weiter gehts durch den wald durch die mitte durch alles ok ich würd sagen überm berg oder außen herum wir sind ja schon mal an der kuppel vorbeigelatscht wir müssen gucken dass wir nicht wieder da verdammt das hab ich zuerst gesehen ich war schneller sorry ey es tut mir leid da hinten liegt das vieh noch ja k.o. gegangen durch den windstoß windstoß hab ich eigentlich punkte das sollte man eigentlich auch gucken ob man gelevelt hat ich habe gelevelt ich hatte einen punkt ich hab hier bei warte ich geh mal auf kurz gucken ich hab hier bei was ist das hier? überleben da unten da das erste ding hier dieses genau auf zehenspitzen? der leichtathlet wo bist du denn auf zehenspitzen? der wässrige ne ich hab da oben die zwei essensplaner der wässrige da hab ich nichts reingeklatscht da runter ja 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 auf zehenspitzen das ist zehenspitzen wieso steht das warte mal es steht links ah auf zehenspitzen mhm ja 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 ähm jaaa wo ist du denn? kann mich grad nicht entscheiden ach doch ich lass es erstmal ja guck ich mir dann irgendwann mal an was ich mir da rein pfeffer wo ist du? nein das hab ich gesehen ja mein gott meins 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 ich such mal ne kiste wo nichts drin ist kann man hier sonst irgendwas tun? hier muss man bestimmt auch was tun mit sicherheit ja hm guck mal da sind wieder die riesen pilze da passt die bei arg ne? bei arg? pilze? irgendwas hat uns gesehen echt? ich hab musik wo immer denn? also bei mir ist krass ruhig ich glaub das wollte er mich nicht dich jaja weil die ist einfach mehr dran hier schlabberts da schlabberts rennt weiter weiter renn weiter renn würde er meine Ausdauer gerne nach oben bringen da hab ich glaub ich auch einmal reingeklatscht glaub ich dass das für Ausdauer war hab ich auch aber noch mehr hier schlabberts ja vor uns ist ein hundi ihr schlabberts überall wollen wir den berg hoch ne ne dann müssen wir ja wieder runter ne ne dann müssen wir ja wieder runter hm fleisch ist lust ich hab mich entschieden was? alter wie viel money hast du mit dem ding? das war's jetzt kommt die pistole dran aber du kannst doch nicht für so n für so n für sowas lieber für die menschen die gepanzert sind ich weiß auch nicht so Kopfschuss und so achso ja ähm ich lass dir den vortritt ich hab nur noch eine kugel oh reicht doch wenn sich die leute hintereinander hinstellen äh naja ich weiß ja ah das war wieder ne saune ja ja das war die sauu das ist meins ja hätte ich dir eben überlassen warum? weil ich es weil ich schon eingesammelt habe was ist los mit dir? ich hab so bestochen ich hab so bestochen ihr lieben ich bin rüber gerannt hinter dir hinter dir vor mir hinter dir immer noch hinter dir immer noch hinter dir Alter sauf wir treffen uns beim Dings beim Dings wir sind da ganz dicke fette Mauer was ist das denn? ah schön wenn man die Hedia nicht sieht aber nur hört ah da war ein Windstoß oh dann bin ich aus meinem Leben gepfeffert also ich hab hier einen Pflanzenfresser neben mir ha oh ne Pflanze Freund oder Feinde? ich wills nicht ohhh baby wo ist mein Punkt? scheiße wir sind glaube ich schon da ach du bist da hinten ja ich seh ich da hinten rumrennen ich bin hinter der Mauer irgendwie gelandet ich hab vollen Seitenhieb oh da hier ist ja noch einer ah der rennt immer noch hinterher Heli wo bist du denn? du bist mitten in der Stadt oh shit ich bin beim Loch wieso bin ich beim Loch? oh die shit ich renne ums Loch oh Schränke da ist ja noch einer ehm bin ich einfach mal alles mit didididididididididit ich hatte Angst da drin ich... auf einmal war ich drin ja nice was 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 Is hiện so? ich hab da nen Schalter umgehhebelt aber irgendwie is' ja nichts passiert ich fand ich biss nen Schade Wo ist denn die Gubbel-Gubbel? Die ist ja noch gar nicht hier. Ist sie auch nicht. Ich dachte... schon. Der Punkt war auf einmal weg, als ich da drin war. Vielleicht nicht mal das Ding. Ui, Jureka! Tschüss! Uh, das ist aber Freistück! Ach, Klappe! Bleib bei am Loch! Wir sind noch auf der Reise. Ich geh wieder durch die Mälder, ich weiß nicht wieso, aber das ist ja größt. Tiefer! Tiefer, nicht höher! Ah! Jureka! Meine Ausdauer! Meine Ausdauer! Kalypso! Ah, muss ich dich jetzt retten kommen? Macht Fleisch für mich, ne? Ich hab dich gerettet. Alter, ich hab drauf gehauen! Ja, ja! Ich auch! Ich bin hier hingekommen. Was macht die Salbe? Heil? Ein wenig. So, wir müssen hier unten lang. Aber sehr wenig. Ja, das ist total wenig hier an Heilung und so. Guck mal, Pflanzenfresser. Können wir den eigentlich um? Wenn du schnell genug bist, ja. Ja, ne. Wir müssen hier unten lang. Sonst sind wir zu weit oben und müssen wir unterhalten. Oh, guck mal! Mann, hier ins Häus. Häus? Uh, Kartoffeln! Vor dir, vor mir, da. Hier, das da. Ja, dann nimm. Dann, ich hab einer. Oh. Genau. Der hat eine Kartoffel. Dann nehm ich mir die Kartoffeln. Oh, Juregrat! Tschüss! Wir müssen, glaub ich... Ah, da sitzt ja auch noch einer! Mein Gott! Ich geh jetzt hier runter, ey! Elia! Ja? Einfach nur ja? Warte auf mich! Ähm... Ich geh jetzt hier runter, ey! Du kleine... ...Hosen... Jami? Jami? Jami hinter dir? Jami 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 Jami! Optimus! Alter, das Ding ist gut! Was hast du für ein Teil?! Ich will das jetzt sehen. Ah! Ah! Scheiße! Hab ich mich krass erschrocken! Voll hardcore erschrocken! Voll krasser erschrocken! Wirklich erschrocken! Wirklich! Ehh! Das Ding ist... Geil, weil das nehm ich mir alles. Alter, wie konntest du denn da? Hast du das selber gemacht? Ja, das hab ich aufgetunt. Mit Nägeln und... Ach, warte, ob ich wunderbar einen Schluck trinkt. Ich hab mich gerade sauwesig erschrocken. Geil! Alter, Fett. Was hat der denn da bei sich gehabt? Ist das? Kann ich das einfach hier machen? So mitten auf dem... Ich hab keine Nägel dabei. Au. Au. Wer lacht sich da eins? Keine Ahnung, ich bin weg. Los, komm. Es wird Nacht und Nacht. Es ist so dunkel, dunkel, weißt du? Huh? Kann man da hoch? Bei den Ausguck? Ja, guck mal. Da ist ein Mensch. Na dann geh mal mit deinem Knüppelknüppel da ran. Alter, hier! Nimm den Stein zurück! Huuuuh, ich hab grad ums getroffen. Waa, wieso hab ich denn... Hä? Wieso hab ich denn dieses dumme Ding in der Hand? Ah! Ja! Ja! Ja, warum nicht? Nö, das nehme ich nicht mit. Gut, äh, wo ist der... Da ist der Punkt. Guck mal, da oben ist wieder unsere Giraffe. Jaaa, ob die... Naja, nett ist. Bösartig ist. Ist die nett? Oh, halt doch mal die Klappe! Ähm... Willst du'n Hammer haben? Das ist ja Hammerhammer hart. Ist dann in der Kiste, hab ich die übrig gelassen. Du bist so lieb, ey! Gerne doch! Oh Gott. Kräutertee kann ich mich schon wieder machen? Mach ich mal. Ich glaub Kräutertee bringt wesentlich mehr als... Ah, das ist ne... Ah, Fackel? Wie hast du das gemacht? Ich hatte ein Rohr und Nägel. Ich hab jetzt... Achso, warte mal, warte mal. Und dann... Doppelklick drauf. Wenn's erleuchtet ist, also... Äh, ich hab jetzt keine Ahnung, was ich gemacht habe. Was hab ich getan? Ich hab V gedrückt. Ach... Stahl... Ich hab keinen Stahl dabei. Ja, das ist ja doof. Warte... Hä? Moment, Moment! Moment! Ich brauch noch mal... Ah, immer noch keinen Stahl. Warte, wir können... Können wir Stahl machen? Natürlich können wir hier Stahl machen. Ich mach auch eine ganze Zeit Stahl. Ja! Wie haust du denn die Nägel in dieses Teil rein? Ist das... Hast du denn Nägel? Nägel hab ich mir jetzt gekraft. Das wird hier auch... Ja, du musst... Du musst alles haben. Also ich mach mir hier gerade paar schnieke Waffen. Wird aufgewertet auf, ja. Ähm... Ich hab jetzt schöne Waffen mir gekraftet. Und ich muss mich mal ganz dringend heilen. Nicht mal das. Was? Was ist denn das? Alter, guck mal, was ich drin habe. Hast du auch so ne Schrauben und Muttern da drinne an dem Ding? Äh, ich hab Schrauben drin, ja. Ja, guck doch mal... Nein, leider sehen aus wie die normale Pika. Ich hab hier Muttern und alles so was drinne. Keine Ahnung. Achso, nee, das hab ich nicht. Keine Ahnung, ich hab da genau nur das genommen, was man... Warte mal, wie sieht meine Schaufel aus? Hab ich auch noch was gemacht? Die Zähne? Ach, was ist das denn? Nice. Ähm, das war jetzt die vier, glaub ich. Ja. So, dann würde ich sagen, weiter geht's, ne? Warte mal kurz. Ähm... Warte, ich hab ja noch ne Ausrüstschuhen. Die Schusswaffen werden hier aber nicht angezeigt, wa? Nee. Ach, gut. Ähm... Ei. Alter, ich hab nen fetten Knüppel. Mal gucken, wie der reindonnert. Also, ich muss erst mal was essen noch. Bevor wir hier... Ah, wir müssen donnern. Und zwar ein schönes Stück Fleischeslust. Ich mach mir noch bisschen Tee. Und da kälte ich mich noch unterwegs. Ja, das solltest du vermeiden. Kräutertee einmal. Ähm... Mach ich mir auch gleich Brot. Komm, noch mal ein bisschen Medizin. Scheiße, das zieht uns auch mal. Hä? Gut. Also, ich seh gut aus. Ich bin total stattdler. Ich will den Knüppel ausprobieren. Da vorne ist die Kuppel. Oh ja, wir kommen. Da werden sicher paar Menschen... Alles klar. Tschüss. Was stand hier hinterher? Ich hab Ohrschnasen gehört. So richtig böswillig. Oh, man sollte auch blocken. Na ja. Was ist das? Kann man hier irgendwie ran? Ich seh da ein Mensch. Radar-Anlage. Ohhhh. Nimm ich mir mal mit. Hier liegen drei Dinger. Ja, ja. Stahl. Feuerzeug. Nimm ich auch mal vor, dass selber mit. Und Taschenmesser. Brauchst du ein Taschenmesser? Nee, nee. Ich glaub ich hab irgend so ein Messerchen da. Ja auch. Was ist das da oben? Ich hab ein Schwanz des Do- Alter. Raus damit. Nice. Was sammelst du denn ein? Das ist ein kleines Souvenir, ey. Ich will keine... Spenzer sammeln. Nee, will ich nicht. Brauchen wir schon wieder so ein... Ach komm. Topf. Da unten ist Wodka. Nimm mit. Das ist leer. Ich mach mal Kühlschrank hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Nimm mal mit. Was ist das? Das ist ein Mensch. Äh. Vielleicht kann man ja von hinten. Der ist aber... Gut sagen, das läuft ja langsam, oder? Ja, da hinten habe ich aber noch einen gesehen, links von uns. Was war das? Na, wir müssen aber hier lang, ne? Kuppel, Kuppel. Die Kuppel mit der Wanuga? 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 Muss man sich irgendwie russisch aussprechen. Nix. Lest einfach deutsch vor. Okay, Wanuga. Hier. Kuppel, Kuppel. Komm, wir gehen mal Kuppel, Kuppel. Hallo. Hola. Hallo. Gehen wir erst mal durch den... ...außen... ...ring hier. Ja. Kann man noch was mitnehmen? Hier ist was. Die Hähler gar nicht abfühlen hier. Natürlich. Hier ist auch was. Okay, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das lassen wir liegen. Äh, ich glaube ich habe gerade mein Gewicht gesehen. Das ist ein bisschen... Toll. Glaube. Ich glaube hier geht es wieder raus. Ruckel. Gut, ich würde sagen wir bleiben im inneren Bereich. Ja. Sind wir schon rundherum? Ja. Gut, hier ist nichts. Runde Schachtel. Nee, nee, nee. Brauchen wir nicht. Glaube ich. Hoffe ich zumindestens. Hier geht es wieder raus. Mit der... Mit der was finden? Wanuga. Mhm. Also dann ist... Ich habe aber auch keine Ahnung, ob das eine Waffe ist. Ich glaube wir laufen wieder im Kreis, oder? Ja. Jetzt habe ich schon wieder nicht auf mein Gewicht geachtet. Ach das... Das... Das geht nur. Hast du Feind? Was leuchtet da? War ein Prank vom Spiel. Okay. Okay. Oh Gott, vor uns. Haha. Alter. Das zieht ab. Geil. Finde ich gut. Ähm... Okay. Jetzt haben wir eine Kugel hier gefunden. Eine Kuppel. Ja, naja. Guck mal. 62... Was? Oh. Karotten. Oh. Äh... Nachts findet ihr Karotten, ey. Die waren... Ähm... 6 oder geradezu? Ja, ja. Na, ich gehe gerne einen Punkt entlang hier. Das ist vor uns liegen. Ähm... Vor uns ist ein Mensch, das weißt du, ne? Ja. Aber... Geil. Einfach mal ich die Mangel genommen. Ich meine, dass es jetzt so schnell geht, die runterzukloppen. Sammelst du seinen Loot? Äh... Jaaa... Alter, hier geht's tief! Ist du zu meinem Bunker? Ähm... Bunker. Ach, krass. Warte mal, wo ist denn jetzt unser Nippelnippel? Der ist aber dort hier. Also hier. Ähm... Kann ich denn schnell irgendwas hier noch machen, bevor Calypso... Ein Verband kann ich machen? Hm? Der ist genau hier. Mittagessen. Müssen wir in den Bunker runter? Ich glaube. Ah, was kann ich denn Gutes zaubern? Kann man sich mehrere solcher Rucksäcke machen, damit man mehr tragen kann? Was meins? Vielleicht. Möglich. Wo war denn der jetzt? Ich brauch einmal... Ja. Okay. Aber das ist doch die Kuppel da drüben, glaub ich, oder? Das sieht aus wie der... Wie die... Also genau... Hier... Ist der Punkt. Okay, ich glaub das ist die Mitte des... Keine Ahnung, Basis. Aber da geht's runter in den Keller. Wollen wir in den Keller, oder wollen wir zur Runden Kuppelkuppel? Ich würd sagen, wir gucken uns erstmal die Kuppels an. Na, dann müssen wir hier hoch. Äh... Ist das hier auch noch hoch? Aber hier ist ja auch eine direkt vor uns. Alles klar. Ich hab nur den Eingang gesehen. Es geht aber krass nach unten. Ja, das können wir auch noch erledigen. Oh, hallo, Nakidai. Ne, war das hier? Nein, ich... Was? Wir sind drin. Wir bauen eine Schlüsselkarte. Im Bunker, siehst du, jetzt müssen wir runter. Ja, nice. Aber ich würde sagen, in den Bunker gehen wir in der nächsten Folge. Und bunkern uns mal krass durch, würd ich sagen. Sowas von krass. Aber Halle... Ja, Halle. Halle, 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 Halle. Genau. Halle, Halle, Halle. Genau. Halle lässt auch grüßen. Also bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.